Warum ist der Tatortreiniger so ein großer Erfolg? Falscher Ansprechpartner? Bitte Frage ans Publikum stellen. Ich mache mit Bjarne das, was wir gerne machen wollten. Und das bringt uns wahnsinnig viel Spaß und ich denke mal, das überträgt sich irgendwie. Das sind tolle Bücher, die wir da bekommen von unserer Autorin. Wir haben gemeinsame Ideen, die sie in fabelhaften Dialogen da aufschreibt. Und ich habe trotzdem immer noch die Möglichkeit, sehr frei damit umzugehen. Ich kann, was ich auch muss, also es ist zwar ein Kammerspiel, aber ich versuche das immer so aufzubrechen. Ich versuche Momente zu schaffen, die auch ein bisschen nonverbal sind, um ein bisschen der nonverbalen Komik auch so eine Chance zu geben. Und ja, mit unfassbar tollen Schauspielern zu arbeiten, die alle irgendwie an diesem Projekt anscheinend Spaß haben, weil wir ganz tolle Leute bekommen. Und mit denen zu arbeiten, das gibt mir sehr viel. Boah, das ist aber wie ein eigenes Thema. Also ich arbeite sehr gern mit Bjarne zusammen, weil wir tatsächlich, wenn mir etwas nicht gefällt oder wenn ich das Gefühl habe, er muss es etwas anders spielen oder so, dann muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Ich bin nicht der größte Verbal-Akrobatiker, das weiß Bjarne auch. Und manchmal braucht er nur einen Gesichtsausdruck von mir, um zu wissen, dass er etwas anders machen muss oder so. Also es passiert schon sehr viel von alleine. Und was mir halt besonders Spaß bringt, ist immer, dass man mit Bjarne ganz uneitel, extrem uneitel sprechen kann, überhaupt arbeiten kann, dass man wahnsinnig viele verschiedene Figuren mit ihm erarbeiten kann, ohne dass er Rücksicht nimmt auf Figur und Aussehen und so weiter. Und das finde ich ganz erfrischend. Die hat man nicht immer vor der Linse.